Am Puls der Zeit. Am Puls der Zeit. Und auf der Suche nach dem Schlager des Jahres mit TV Meier. Gleich haben wir ihn. Und das Resultat ist überwältigend. 99% der Bundesbürger haben ihn gewählt. Das Glück, das dir treu bleibt. Die Scheibe liegt schon auf dem Plattenteller. Eben nicht. Dann legen Sie sie auf. Wir haben den Interpreten dieses Schlagers zu uns ins Studio gebeten. Den gibt es nicht. Den ganzen Schlager gibt es nicht. Aber Millionen haben ihn gewählt. Weder auf Platte noch auf Kassette gibt es dieses Glück. Aber so viele Leute können sich nicht irren. Oh, Paul, du kannst mir sicher helfen. Mensch, Meier, das Glück, das dir treu bleibt, ist doch keine Scheibe. Was dann? Ein Schein. Dann los den Glücksspiral. Jetzt begreife ich. In der wöchentlichen Prämienziehung. Ist doch sonnenklar, die 3000 Mark monatlich. Ja, das Jahr für Jahr. Das ist der Schlager des Jahres. Das Glück, das dir treu bleibt. Und in dieser Woche 4 Millionen Mark extra und in der Sonderauslosung sportliche Limousinen. Was heißt sportliche Limousinen? Das kann man in jeder Lottoannahmestelle erfahren. Okay, man.